Hitradio FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython 73 und Echse, eure Tierfluencer. Heyo Leute! Was geht? Die schulpflichtigen Kinder müssen jetzt mal ganz stark sein, denn heute sprechen wir über ein Tierchen, um das es ab Freitag leider sechs Wochen still wird. Ja man, es wird für alle sehr traurig werden, so ganz ohne Aalgebra. Obwohl, viele Schüler halten dieses Tierchen ja für unberechenbar. Sie wollen nur ungern mit ihm teilen und viele haben so einen Schiss, die rechnen sogar mit einem Bruch. Aber jetzt mal Real Talk! Habt keine Angst vorm Aalgebra. Wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dieses Tierchen ist durchaus nützlich. Und eins ist auch klar, wer dieses Tier beherrschen will, kommt um ein anderes gar nicht herum. Da geht nämlich nichts ohne IQ! Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube! See you! Und denkt dran, reinschauen, rentiert sich! Hitradio FFH. Tierisch gut!